Hey, warum was willst du da oben hin bauen? Ich baue meine Pflanze gerade die ganze Zeit Bäume an, wie bescheuert er. Rubble Tweet? Ja. Ich will eine automatische Baumfarme haben. Kann man das bauen, oder was? Ja, klar. Ja. Man kann sogar eine Farm automatisieren und alles. What? Ja. Ja, ich hab schon gesehen, eine automatische Hühnerfarm. Ja. Oder man kann seine ganzen Dateien einfach in einen Computer schmeißen. Ins ME-Terminal. Und dann? Die ganzen Sachen sind auf einer Festplatte gespeichert. Okay. Du brauchst ja keine Kisten für. WTF? Ich glaube für eine Festplatte kannst du... Oder für eine Festplatte kannst du keine... Ich glaube... Oh Gott, wie viele Dateien kannst du da drauf schon 25.000 oder so? Okay. Ich glaube schon viel. Naja... Oder? Wenn wir erst mal richtig jetzt Farmel anfangen... Dann wird's eher wirklich sein. Wenn wir wahrscheinlich schon 25... Allein schon 25k Steine oder sowas haben. Ja. Aber da wir ja... Ähm... Den Server nicht dauerhaft laufen lassen, sondern halt eben nur, wenn wir brauchen, mehr oder weniger. Ja. Achso... Läuft... Läuft... Die Gravy läuft ja auch, wenn wir nicht auf dem Server wären, gell? Ja. Ah... Scheiße... Und die Baufarmen und alles, wenn wir das nicht ausschalten. Aber ich kann schon mal eins sagen, Reaktor werde ich nicht bauen. Warum? Weil ich mich damit nicht auskennen und noch nie gebaut habe in meinem Leben. Müsst... Müsst... Müsst ich halt ein Tutorial gucken. Du hast sonst immer mit einem Solar-Energie und sowas geschaut. Ja, aber das... Ich habe ja... Ich habe ja gehört, dass da dieses High-Voltage-Ding des... Pfff... Wie viel Rohstoffe das braucht. Oh mein Gott, aber macht halt eben nur nach Power-Ven normal was, ne? Ja, das ist... Ja, okay, gut, aber... Bist du das alles zusammen hast? Äh... Was willst du alles für den Reaktor zusammen hast? Brauchst du ja auch. Und dann muss auch noch schön, dass er nicht überhitzt oder sowas. Äh... Halte, du wirst hier nie fertig mit Rohstoffe abbauen, weil es immer weiter geht. Äh... Äh... Erstmal... Was ist denn das? Robby-Ohr. Was ist denn Robby-Ohr? Was ist denn Robby-Ohr? Frag mich doch nicht. Da kommt Robby raus. Ja, sehr schön. Das ist aus Project Red. Äh... Warte mal... Man kann ja unten eingeben... Add Project Red, oder? Mach mal. Add Project Red. Kommt nix, muss ich das so schreiben, wie du es richtig schreibst? Nö, kommt auch nix. Nö, enttel geht's hier glaube ich nur nicht. Muss einfach... Gib's eigentlich jemanden Namen einfach nur mal und nein, dann klappt's auch. Project Red. Nö, geht auch nicht. Das ist ja falsch geschrieben. Pro... Oh ja. Oh, es gibt Spritzen. Ja, jetzt seh ich was. Juli, es gibt Spritzen. Das heißt? Wir können uns Gene von Monstern, äh, wenn wir da implantieren lassen. Wat? Na dann haben wir, äh, Regeneration oder sowas drauf. Oh, what the fuck? Nö. Ach, Project Red ist zum Beispiel die ganzen... Ein... Ein... Trans-Saver, ein Bus-Trans-Saver, ein Sequencer, ein Timer... Ein Rain-Sensor. Alter, wie geil. Ein Rain-Sensor, das heißt, man könnte sagen, wenn's regnet, schallt das Licht aus, weil es gibt noch einen Light-Sensor. Nö. Alter, was da alles gibt. Ein RS-Latch. Gott, ich... Redstone-Furnace. Ein Randomizer. Repeater. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Pulsformer. Multiplexer. Alter. Comparator. Ah, was da alles gibt? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eat some Energy Cell. Und was hab ich da für nochmal verwendet? Was fahren das nochmal? Was ist da in der Geräte der Star Engine? Nee, ist was nicht. Oh Gott, wie hieß das Ding nochmal? Was macht... was... was suchst du? Was macht das? Ich versuche grad schon mal mit Energie ein bisschen da rum zu hantieren. Ja, weiß... vielleicht weiß ich's ja, was du suchst. Äh... ne, jetzt gibt's das nicht. Hab grad ne Engine gesucht. Welche? Weiß grad eben nicht, wie die heißt, irgendwie... Sterling, oder? Äh, nicht Sterling Engine. Ah, keine Ahnung, wie die heißt. Äh... okay, Leads dann eigentlich... ... das ist... ... Display... Oh, gut, Getrocksecke, das ist immer schön. ... ja... ... ja... ... ja... ... ja... ... es ist Nacht. Ähm... 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 ... ähm... ... ne... Und das ist so ein... ... so ein automatisches Lager mit so... ... hoher System. Ja, klar. Dei... Dynamo hieß es genau. Team Dynamo. Nein, das... ... das System Dynamo. Jetzt noch mal die Nettel. Hey, die haben wir Essen? Nein. Das ist unser Problem. Einmal in Ingrid und dann... ... Copper aus dem Raum. Das war... ... hast du Silber? Nee. Habe ich nicht. Fuck. So, jetzt gucken wir mal... ... Waypoint an. ... und... ... ach ja... ... ist schon nur 160 Meter weg. Bock an Silber... ... äh... ... scheiße. ... ach fuck... ... ach fuck... ... ach fuck... ... jetzt leckt's wieder. Einmal ne Sterling Engine... ... mit was ist denn die nochmal gelaufen? Mit Kohle. ... ach nee... ... ach nee... ... mit Lava Eimer... ... glaub ich. ... dauerlich... ... w X- ... ... f... ... Gott, ne Boltz. Erstmal ne Sterling Engine... ... ... ... headed... ... Das ist D- ... D- ... Down Gear... ... na gut, das können wir locker machen. ich muss erst mal das technische Weg rausnehmen, da komme ich überhaupt nicht mit klar warum, welche sagst du? äh, das ist Fax aber ich kann damit überhaupt überhaupt nicht klar damit schon, schon das umgeändert, oder was? oder das? naja naja konkrete, spiele das nicht hier aus, Fax also, das wäre zu kompliziert, würde ich es erklären da hättest du einfach Dropbox stellen können naah oh, ich habe gerade ein anderes Texture Pack schon viel schöner aus welches? ähm, oh Gott, wie hieß es? ich habe den Namen, ich habe schon wieder vergessen irgendwas mit äh Paddy, 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 Paddy ja komm mal bitte raus, schnell oder mach nur, mach nur die Tür auf mach nur, ach Gott, ach, ach, ach ja, da ist doch gar nichts da waren gerade drei Skelette mir wascht, komm jetzt ich habe John Smith Texture Pack oh Leute was soll ich dir alles geben? was? ich gebe einfach alles ähm da ist Holz ja, da ist allgemein Blöcke erstmal also Holz, Stein, Wolle da habe ich erstmal rein und Erde und sowas dann da habe ich irgendwie Krimsch, Kram, Schmache, Zeug, Drecks da unten habe ich Boas und sowas äh ok, ja, ich tue immer alles rein äh ich brauche mal haben wir, haben wir, haben wir, haben wir? nicht, natürlich nicht warum auch Frau trägt keine Sau was denn? Sand nö, wir braucht es ja ah im Sand reicht das mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott PAM ich mache noch den Ofen ich mache noch